Also, jetzt haben wir gemerkt, dass wir Sina ein Leckerchen geben, wenn wir sie ins Auto tun, dass sie sich dann schneller daran gewöhnt hat, zum Auto zu fahren, gerne ins Auto geht und wir auch sie nicht gleich aus dem Auto rausnehmen, wenn wir anhalten, sondern wir lassen sie noch einen Moment rein, so dass sie nicht das Gefühl hat, wenn hinten der Deckel aufgeht, dass sie gleich rauskumpen können. Und so haben wir sie ganz ruhig angebracht. Es gefällt ihnen schon fast und Auto fahren sie mittlerweile sehr gerne.